Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Vortrag zu OpenCaching.de. Ich freue mich, dass Sie doch noch ein bisschen mehr geworden sind jetzt nach der Mittagspause. Ja, heute als Referenten sind wir da, Michael Fürschke, den sehen Sie da oben eventuell noch. Der hat das Ganze mit vorbereitet und unterstützt mich jetzt momentan. Mein Name ist Daniel Gerz und wir sind, wie gesagt, von OpenCaching Deutschland. Betreiber der Plattform OpenCaching.de als freie Listing-Plattform für Geocaches unter anderem. Ja, was möchten wir machen? Die Zeit ist knappe Messen. Ich möchte ganz kurz allgemein das Hobby Geocaching nochmal erläutern und anschließend dann ganz stark natürlich auf die Plattform OpenCaching.de eingehen. Das ist der Hauptinhalt. Darf ich vorab ganz kurz mal um Handzeichen bitten, wem Geocaching ein Begriff ist? Okay, ich würde sagen 110 Prozent, das ist nicht schlecht. Dann brauchen wir da ja gar nicht ganz so doll auf reinzugehen. Wir haben es eben schon gehört, Geocaching ist quasi die Schatzsuche mit GPS. Es gibt da aktuell von Mini, dem Autohersteller, einen ganz interessanten Radiowerbespot. Da heißt es in einer Zeit, in der Kaffee Double Choc Cappuccino to go heißt und Schnitzeljagd Geocaching. Das beschreibt es schon ganz gut. Geocaching ist quasi die moderne Schnitzeljagd. Man läuft mit dem GPS über Wald und Wiesen, teilweise durch die Stadt, auf der Suche nach Tupperdosen im Idealfall. Denn die halten ganz gut dicht. Darum geht es im Wesentlichen. Das Hobby ist sehr vielseitig. Wir kennen das dann wahrscheinlich auch. Kann man sehr gut alleine machen. Spontan, wenn man mal irgendwo auf den Zug wartet oder so, guckt man mal eben, ob es um den Bahnhof, hinter dem Bahnhof nicht noch einen Cache gibt und geht da hin. Oder man kann auch in der Gruppe mit diversen Leuten durch die Gegend laufen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das Hobby ist familienfreundlich. Man begegnet häufig Cachern mit Kindern im Kinderwagen. Noch kleiner, größer. Da sind auch kaum Grenzen gesetzt. Und es ist unheimlich vielseitig durch die verschiedenen Cache-Arten, die Sie dann vermutlich auch schon recht gut Cachen kennen. Die Traditionals, fangen wir damit mal an. Ein kurzer Überblick. Da ist die finale Position ja in der Regel schon angegeben. Sie sehen, okay, der Cache liegt bei Nord 53 Grad, 5,3, sonst sowas. Ost 0,09 Grad und so. Dann gehen Sie da hin und finden den früher oder später. Wobei es auch passieren kann, dass man da vor Ort natürlich noch mal das ein oder andere Rätsel lösen muss. Dann gibt es allerdings auch nicht nur diese kleinen Traditionals, sondern auch schöne. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ganz vorne sehen wir was. Da hat jemand sich Gedanken gemacht, hat so einen schicken Holzkasten gebastelt, den in die Gegend gestellt und da so ein, ja, nennen wir es mal Spielzeug reingestellt. So eine Art kleines Jahrmarktgerät, wo man dann mit so einem Arm da greifen darf und da solche UI-Kapseln rausholen muss. In den einer ist dann das Logbuch drin. Und da braucht man gegebenenfalls ein bisschen länger. Das Zweite, was wir in der Mitte sehen, ist auch gar nicht schlecht. Das ist ein Geocache kombiniert mit Lockpicking. Da dürfen Sie sich dann als Einbrecher engagieren. In dem Fall waren zwei Schlösser zu knacken. Einmal sieht man hier das Schloss von der Geldkassette. Das war noch das Einfachere. Und dann war da noch ein relativ gutes Abus-Schloss, wo man dann schon mal ein bisschen länger brauchen kann. Aber irgendwann war auch der auf und man konnte dann loggen. Und der Dritte, den wir hier sehen, der ist auch nicht schlecht. Da hat sich auch jemand Gedanken gemacht und viel Arbeit reingesteckt. Das passte thematisch auch ein bisschen. Da hat jemand einen Baumstamm ausgehöhlt und da drinnen so eine Art kleine Disco eingerichtet. Das ging darum, dass der in der Nähe auch irgendwie so eines Hauses lag, wo früher wohl in der Jugend des Owners solche Disco-Veranstaltungen oder sowas wohl stattfinden. Da der thematische Bezug. Das muss man sagen, so als tolle handwerkliche Arbeit. Ja, kommen wir zu Multicaches. Kann ich dann auch etwas schneller rübergehen. Bei Multicaches läuft man in der Regel mehrere Stationen ab. Man findet dann mehr oder weniger Informationen. Manchmal ist es relativ einfach. Da findet man dann an jeder Station irgendwie eine kleine Dose oder eine Kapsel, wo man dann die nächsten Koordinaten wieder erfährt. Geht da hin und irgendwann findet man dann keine kleine Dose mehr, sondern eine große und hat da das Logbuch drin. Manchmal ist es ein bisschen komplizierter. Da muss man Berechnungen anstellen. Hier ging es, glaube ich, in dem Fall darum, man hat die Stationen A, B und C abgesucht. Musste dann von der Station A zu C eine Linie ziehen und von B zu C dann im rechten Winkel quasi und dann wieder projizieren. Das war schon eine etwas schwierigere Aufgabe. Zumal man in der Regel, wenn man auf diesen Feldern da unterwegs ist, auch keinen Laptop dabei hat mit so einer Karte, wo man das machen kann, sondern allenfalls mal eine App oder so. Ja, gegebenenfalls tauchen in den Multicaches natürlich auch mal Rätsel oder Rechnungen auf. Das kann auch Bestandteil sein. Dann als dritte Art von Caches, das sind dann die Rätsel Caches, die auch einen großen Teil einnehmen. Da habe ich hier einfach mal zwei Beispiele. Bei dem ersten sehen wir irgendwie so eine Reihenfolge vorgegeben. J-I-H-M-L-K-E-A, dann muss man herausfinden, was an die Position des Fragezeichens gehört. Wenn es jemand weiß, ich wäre interessiert, ich habe es noch nicht herausgefunden. Oder hier an der Stelle sehen wir auch ein anderes Rätsel. Da muss man, ja, sagen wir mal Zahlen herausfinden, die eine Reihenfolge bringen, dann ersetzen und dann ein bisschen umrechnen. Einfach nur mal jetzt als Beispiel, häufig sind da Bilder angegeben. Es können auch Texte sein, wo man mal Informationen rausholen muss oder ähnliches. Ja, dann haben wir den Teil jetzt abgehakt. Dann kommen wir genauer jetzt zu Open Caching. Ja, wahrscheinlich ist den meisten eher Geocaching.com bekannt. Das ist die größte Plattform weltweit, muss man so sagen. Da hat man, ja, relativ viele Caches. Das ist eigentlich der einzige Vorteil. Aber dann hört es quasi auch schon auf, denn wenn man die Website in einem etwas größeren Umfang benutzen möchte, dann kann man da viel Geld zahlen, mehr oder weniger, für eine Jahresmitgliedschaft, um dann unter anderem eine tolle Karte zu kriegen. Es ist dann leider doch nur die von Google. Aber nun, ja, Open Caching als freie Plattform hat sich dann dagegen positioniert quasi. Bietet komplett alle Inhalte für jeden offen an. Man muss nichts bezahlen. Man kann alles in vollem Umfang nutzen. Und auf der Listing-Plattform haben sich im Moment auch schon 28.000 aktive Caches eingefunden. Insgesamt waren es natürlich deutlich mehr. Einige davon sind mittlerweile wieder archiviert. Ja, und sogar 64.000 registrierte Mitglieder sind auf Open Caching auch unterwegs. Dann haben wir für den, ja, Erfahrungsaustausch, haben wir ein Forum, wo sich auch immerhin 1.200 registrierte Mitglieder noch tummeln. Und auch auf 47.000 Beiträgen diskutiert wird. Da geht es ganz allgemein um die Plattform zum einen. Wenn da zum Beispiel sich Cacher-Features wünschen, dann kann man mal schreiben, ich hätte gern das oder das. Dann wird das aufgegriffen und gegebenenfalls auch in den Entwicklungsplan genommen. Wenn man Hilfe braucht, wenn man mal irgendwie ein Cache nicht lösen kann, um mal Ansätze auszutauschen, wie man vielleicht das ein oder andere Rätsel dann angehen kann. Da kann man auch mal sich zu unterhalten und ansonsten auch Smalltalk betreiben. Ja, als drittes haben wir auch ein Wiki. Da ist ganz viel erklärt. Da haben wir 200 Artikel zum Thema Geocaching im Allgemeinen und auch zu Open Caching speziell, wenn da Fragen auftauchen zur Plattform, zur Bedienung. Da ist ganz viel schon erklärt, sodass man da den ersten Anlaufpunkt schon mal hat und ganz viele Fragen beantworten kann, gerade auch um den Einstieg zu erleichtern. Ja, jetzt sehen wir im Hintergrund ganz viele schwarze Punkte. Das sind alle Caches, die es irgendwann mal bei opencaching.de gab. In einem zeitlichen Zusammenhang, hier unten sieht man es so ein bisschen, da ist jetzt leider die Maus ein kleines wenig vor, von 2005 bis, glaube ich, 2013. Man sieht schon, die weißen Flecken werden weniger. Man sieht aber auch eine gewisse geografische Verteilung an der Stelle schon. Und einige Flecken bleiben auch eher ein bisschen weiß. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man Daten von Open Caching auswerten kann. Da gibt es nämlich auch eine Schnittstelle, das ist die Open Caching API. Da kann man auf unheimlich viele Daten zugreifen, kann die unter anderem für Statistiken verwenden. Man kann aber auch Apps damit programmieren, um dann zum Beispiel direkt darüber zu loggen. Da gibt es ein schönes Beispiel, die mobile App C-Geo. Das ist, glaube ich, auch relativ bekannt wahrscheinlich. Die hat die Open Caching API implementiert. Und darüber kann man unheimlich viel machen. Die hat eine sehr gute Integration. Man kann die Cache suchen, man kann sie loggen. Auch ein sehr schönes Beispiel für die Verwendung. Ja, kommen wir zum, wer ist eigentlich Open Caching? Open Caching ist mittlerweile ein eingetragener Verein in Deutschland. Wir haben 18 ordentliche Mitglieder. Die ordentlichen Mitglieder zeichnen sich im Besonderen dadurch aus, dass sie sich auf irgendeine Art für Open Caching engagieren. Zum Beispiel als Entwickler oder in der Technik oder im Support. Und wir haben auch acht Fördermitglieder mittlerweile, die uns monetär unterstützen, wie es so schön heißt. Und weiterhin haben wir auch das Team OpenCaching.de. Das ist jetzt hier differenziert. Das sind quasi die gleichen Leute. Es fragt auch niemand, seid ihr jetzt im Team oder seid ihr im Verein? Nein, denn das ist keine Voraussetzung, dass man sich dem Verein anschließt. Man kann auch an Open Caching mitarbeiten, wenn man einfach nur dem Team quasi beitritt. Da haben wir über zehn Teammitglieder mittlerweile, die uns unterstützen. Und auch fünf externe Unterstützer, die nicht direkt dem Team zugerechnet werden. Das sind zum Beispiel Leute, die die Website übersetzen. OpenCaching.de ist nämlich auf Italienisch, Spanisch und auch Englisch verfügbar, nahezu komplett. Das sind dann zum Beispiel solche. Ja, dann haben wir hier einfach mal die Startseite. Das ist quasi so das, was Sie als erstes sehen, wenn Sie OpenCaching.de im Browser aufrufen. Ja, in diesem Fall jetzt ein Winterlook. Da haben wir für den Hintergrund ein wenig auf die Jahreszeiten angespielt. Auch wenn der Winter ja jetzt quasi schon vorbei ist, wenn wir mal nach draußen gucken. Und hier oben, da können Sie dann in diverse Bereiche reinkommen. Das eigene Profil kann man dann ausfüllen. Dann kann man auf Caches gehen, kann da welche anlegen und so weiter. Interessant ist dann an vierter Stelle die Karte. Das ist quasi ja das Herzstück der Geocaching-Webseite. Da kommen wir mal hier drauf. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein Ausschnitt von Berlin. Da sehen Sie, was es so alles für Caches hier gibt. Das ist, wenn man mal aufguckt, gar nicht wenig. Verschiedene Arten sehen Sie schon. Die werden durch die verschiedenen Zeichen dargestellt. Und teilweise sieht man wahrscheinlich jetzt über den Beamer nicht ganz so gut. Sind die auch noch blau hinterlegt. Dann sind das auch Caches, die nur bei OpenCaching gelistet sind. Ja, und diese Karte ist sehr mächtig. Die ist relativ aktuell. Da hat man unheimlich viele Werkzeuge, um da wirklich das zu finden, was man eigentlich finden möchte. Da hat man dann zum Beispiel an der Seite die Möglichkeit, nach den einzelnen Caches zu differenzieren. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt keine Multis sehen, weil ich habe nicht viel Zeit oder so, möchte nur mal irgendwo kurz hingucken, dann würde man da den Haken rausnehmen und dann verschwinden die sofort. Oder wenn man sagt beim Behälter, ich möchte jetzt nur welche finden mit einem riesigen Behälter, wo ich als Tauschgegenstand, ich weiß es nicht, eine Kanonenkugel hinterlassen kann oder so. Dann könnte man nach extrem großen Behältern suchen. Und da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, Attribute anzugeben oder nicht. Eine Schwierigkeit, wenn ich sage, ich möchte jetzt nichts finden, wo ich ganz lange für brauche oder das dann halt eben nicht zu finden. Dann kann man sagen, nur bis Schwierigkeit 3 oder sowas. Hier steckt wirklich unheimlich viel dahinter. Die Karte ist sehr gut bedienbar und quasi unter den Geocaching-Plattformen eigentlich auch in der Form einmalig. Dann habe ich hier nochmal eine Heatmap. Das ist so ein bisschen auch das Ergebnis, was wir quasi aus diesen einzelnen Caches, die sich da immer so ergeben haben in dem anderen Video eben quasi. Da sieht man schon, die Caches auf Open Caching sind etwas ungleich verteilt. Es gibt einige Hotspots. Berlin gehört ganz klar dazu. Und dann hier im unteren, oben im Ruhrgebiet, die Dortmunder Ecke oder Köln scheint das zu sein. Und hier unten weiter auch. Da ist zum Beispiel deutlich mehr los als da im Nordmecklenburg-Vorpommern-Greifswald. Da ist nicht ganz so viel los. Vielleicht kriegt man das ja noch geändert. Schauen wir mal. Ja, diese Folie ist auch gar nicht schlecht. Da kann man nämlich gleich mehrere Sachen dran zeigen. Zum einen ein bisschen den zeitlichen Zusammenhang. Open Caching ist schon relativ alt. Das Ganze hat angefangen, die Entwicklung im Jahr 2003. Hat sich dann hingezogen, das Ganze. Natürlich als freies Projekt, ohne irgendwelche angestellten Entwickler, denen man viel Geld bezahlt und die dann ihre volle Zeit investieren. Geht das nicht ganz so schnell wie vielleicht woanders. Im August 2005 war es dann so weiter, ging es los mit der Plattform. Und das Zweite, was man schön sieht, Open Caching ist auch international. Es gibt verschiedene Länderknoten. Zum Beispiel sehen wir, relativ schnell hat sich in Tschechien einen Knoten abgespalten, der unseren Code von Open Caching benutzt hat und das dann quasi für sich lokalisiert hat. Danach kam dann auch schon bald Polen. Die haben auch sich dann abgespalten vom Code und haben gesagt, ja, finden wir gut. Damit können wir entwickeln. Und man muss sagen, Open Caching Polen ist in Polen Marktführer. Die sind da, haben die meisten Caches, die meisten Funde. Und das ist ja schon immerhin eine Leistung. Dann haben sie später, hat sich der Code weiterentwickelt. Dann gab es mal zwischen 2006 und 2009, mag so 2007 sein, eine 2.0-Version. Da wurde ganz viel getan. Und man sieht auch, danach hat sich dann irgendwann noch die Niederlande, die haben sich wieder abgespalten. Und dann kamen Open Caching Spanien und Italien dazu. Die haben sich quasi in dem Sinne nicht abgespalten, sondern das spanische und italienische Laufnetzwerk, die laufen auf unseren Servern mit. Die haben den gleichen Datenbestand wie Open Caching Deutschland und auch die gleiche Webseite. Und die Sprache ist wiederum umgesetzt, also die Webseite ist übersetzt, sodass das für die auch nutzbar ist, mit den gleichen Daten. Hat halt den Vorteil, dass wenn man mal nach Spanien fährt, man nicht eine andere Webseite aufsuchen muss, sondern auf der gleichen bleiben kann. Ja, und letztlich sehen wir dann 2012 gab es Open Caching 3.0. Da sind wir nochmal ordentlich durchgestartet. Da wurde viel getan. Unter anderem die Karte ist, glaube ich, auch in der Form zu dieser Zeit entstanden. Und ja, seitdem geht es ständig weiter. Genau, den Betrieb hatte ich schon gesagt. Es ging los, zunächst rein privat. Da gab es dann irgendwann rechtliche Schwierigkeiten. Das wird natürlich, wenn man so ein großes Portal hat mit zigtausend Caches, wo die Leute dann vielleicht auch mal in fragwürdigen Gebieten rumlaufen, dann kommen irgendwann Fragen, die vielleicht der Privatmann nicht mehr unbedingt beantworten kann oder möchte. Oder gegebenenfalls noch andere Sachen, sodass dann später die deutsche Wanderjugend die Trägerschaft übernommen hat, um den Ganzen rechtlich so einen gewissen Rückhalt zu geben. Nichtsdestotrotz gab es dann, wie ich gerade gehört habe, auch da noch Anzeigen gegen Privatleute, beziehungsweise gegen Betreiber quasi von da, weil irgendjemand irgendwo ein Gebiet betreten hat, wo er eigentlich nicht hin durfte. Das war aber deshalb, oder dadurch, dass das die Wanderjugend als Betreiber quasi inne hatte, war das nicht das Problem. Und da konnte dann auch entsprechend gegengelenkt werden. Ja, das Ganze hat sich dann durch die Wanderjugend, obwohl sie sich um Open Caching definitiv verdient gemacht hat, ist das Projekt dann irgendwann so ein bisschen festgefahren gewesen. Es ging nicht mehr so richtig weiter. Und da war dann die Frage, was tut man? Da wurde überlegt und im Jahr 2012 ist dann quasi die Situation entstanden, wie wir sie jetzt haben. Da hat sich der Verein gegründet, Open Caching Deutschland e.V., der die Trägerschaft übernommen hat. Und jetzt hinter der Website steht, im gesamten Angebot steht und das Angebot betreibt. Ja, die Grundsätze von uns, die sind eigentlich relativ einfach. Jeder darf mitmachen. Wir weisen da niemanden ab. Wenn irgendjemand sagt, ja, ich möchte mich beteiligen zum Beispiel als Entwickler, dann laden wir den herzlich ein, empfangen ihn in der Regel auch sehr freundlich, weisen ihn ein wenig ein und ja, der kann sich dann gerne bei uns integrieren. Ganz wichtig seit jeher ist auch das Non-Profit. Wir erheben keine Gebühren für gar nichts, keine Verwendung von irgendwelchen Schnittstellen. Unser Betrieb ist rein spendenbasiert. Da gab es ab und zu auch mal Diskussionen, ob das auch so sein soll oder ob man nicht doch andere Modelle finden muss. Wir haben bis heute gesagt, nein, muss man nicht. Es geht. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass es dabei bleibt. Ja, Entscheidungen werden grundsätzlich auch durch das Team getroffen. Mal auch auf Vereinsebene, aber so viel wie möglich wird eigentlich an das gesamte Team weitergeleitet, damit da eigentlich die breite Mehrheit auch immer dahinter steht, hinter dem, was wir tun. Ja, was ist aktuell bei Open Caching noch in der Mache? Derzeit hat sich eine Gruppe hier gebildet, ich glaube auch gerade in Berlin, die am Redesign des Frontends arbeitet. Die sind da dabei, dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen moderneren Touch zu geben. Da tut sich ja im Web immer viel. Mal heißt es, das ist modern und mal heißt es, jetzt müssen alle Websites so sein. Da ist gerade ein Team dabei, wieder dahin zu kommen, dass wir dem aktuellen Stand da entsprechen. Ja, wir sind auch dabei, eine neue Entwicklungsumgebung aufzusetzen, um da auch den neuen Entwicklern, die wir auch in letzter Zeit, da hatten wir einen großen Zulauf, um denen den Einstieg zu erleichtern, damit die schnell da reinkommen und sich nicht erst lange mit irgendwelchen Konfigurationen oder sowas aufhalten müssen. Da sind wir dabei. Und einzelne neue Features und Verbesserungen werden natürlich auch immer umgesetzt im laufenden Prozess. Da haben wir in etwa noch 160 Tickets, die offen sind, einfach Feature-Requests und so weiter. Die werden jetzt nach und nach quasi abgearbeitet. Da ist auch jeder gerne eingeladen, mitzumachen. Ja, kommen wir noch kurz auf den Open-Gedanken. Wir sind ja in der Tat Artverwandten von OpenStreetMap, wie ich gerade ja nochmal gehört habe, bestätigt bekommen habe. Unser Quellcode ist öffentlich zugänglich. Der liegt mittlerweile im GitHub. Den kann man da finden, kann man sich forken und dann damit arbeiten. Ich glaube, im letzten Jahr war es, 2013, da haben wir die diversen Inhalte, unter anderem die Bilder, die durch die Nutzer hochgeladen wurden, und Listing-Texte unter einer CC-Lizenz gestellt. Das war auch wichtig, damit wir mit dieser Open-Caching-API, die ich schon genannt hatte, den App-Entwicklern da auch die Daten quasi so zur Verfügung stellen können und auch rechtlich sicher. Die Tickets, die ich eben schon angesprochen habe, die Entwicklungstickets, die sind öffentlich einsehbar. Also es kann jeder von Ihnen gucken, was wird da gerade gewünscht, kann sich, wenn er sich berufen fühlt, auch melden und sagen, ja, würde ich mir mal angucken. Also da haben wir auch eine hohe Transparenz. Ja, und OSM als Kartenbasis haben wir auch schon seit einer ganzen Weile integriert. Viele Geocacher kennen das. Hier habe ich zum Beispiel mal einen Screenshot von einem GPS-Gerät. Ich behaupte mal, die meisten Geocacher haben auf ihren GPS-Geräten ein Open-Street-Map drauf. Liegt zum einen daran, dass das natürlich deutlich günstiger ist als die Garmin-Karten oder sowas, und auch an dem hohen Detailgrad. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Ich hatte neulich einen Geocache in Bremen, ein Multi. Der war auf dem Gelände von der Uni. Und da war eine Frage, da gab es ein Gebäude und da war der Spitzname dieses Gebäudes gesucht. Der ließ sich nicht finden, leider. Wir haben das abgesucht, sind da drum herum gelaufen. Keine Ahnung. Da habe ich gedacht, na, man hat ja Open-Street-Map auf dem Gerät. Dann halten wir mal die Maus da drüber. Und tatsächlich, Open-Street-Map verrät einem, das Gebäude heißt Keksdose. Hätte ich wahrscheinlich sonst noch eine ganze Weile suchen müssen. Ja, dann kurz noch zum Ende. Wie können Sie Open-Caching unterstützen oder jeder, der das möchte? Zum einen natürlich durch eine Fördermitgliedschaft in unserem Verein. Da freuen wir uns immer, wer da uns unterstützt oder auch natürlich einmalige Spenden. Eine aktive Nutzung unserer Plattform ist ganz wichtig. Die Plattform lebt von guten Caches. Wenn man da gute Caches einbringt, selber welche sucht, dann unterstützt man uns auch schon sehr. Und Entwickler suchen wir nach wie vor immer gerne mit Kenntnissen im Bereich PHP, MySQL, HTML und so weiter und so fort. Ja, wäre es ein Geocache und kein Vortrag, dann hätten wir jetzt das Finale erreicht und könnten es in einem Logbuch eintragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme, für die Aufmerksamkeit. Ja, recht vielen Dank. Es war für mich auch sehr interessant und schön zu hören, dass ein freies Projekt auf einem guten Weg zu sein scheint. Gibt es Fragen? Gut, Sie können ja noch ein bisschen überlegen, dann stelle ich erst mal eine Frage. Und zwar, wie ist denn das Verhältnis zu geocaching.com mit den Caches? Dürfen die auch bei Open Caching eingetragen werden? Wie läuft das? Ja, da muss man sagen, letztlich entscheidet jeder Cacher selbst, wo er seine Caches listet. Es ist auch von niemandem eigentlich verboten, die irgendwo anders zu listen. Also jeder Cache, der bei uns gelistet ist, darf auch woanders gelistet werden. Geocaching.com zum Beispiel. Und wir haben auch spezielle Felder, um das kenntlich zu machen, damit man dann auch mal gegebenenfalls auf der anderen Plattform gucken kann, zum einen den direkten Link hat, nach dem Pfund dann da auch loggen kann. Also wir sehen das eigentlich sehr entspannt. Bei Geocaching.com ist es etwas schwieriger. Es ist zwar niemandem verboten, ein Cache, der da vielleicht schon gelistet war, auch bei uns zu listen. Aber seit Neuestem ist bei Geocaching.com, soweit ich weiß, jegliche Nennung irgendwelcher anderen Portale unzulässig. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Listing sagen, der ist auch bei Open Caching gelistet, dann kann es sein, dass Ihnen der Cache gesperrt wird. Oder ja, sowas. Die sind da mittlerweile sehr, sehr streng. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht glauben die, Totschweigen hilft. Ich glaube nicht. Ein schönes Beispiel dafür, wie sich proprietäre Systeme versuchen zu wehren und wie sie hoffentlich verlieren werden. Was versucht ich sehe einiges? Ja. Ich glaube nicht.